Wie geht es nach der Schule weiter? Welcher Beruf passt zu mir? Wie bewerbe ich mich richtig? Jedes Jahr stellen sich hunderte Jugendliche in deiner Region dieselben Fragen. Bei der Fülle an Informationsangeboten ist es manchmal schwierig, die Übersicht zu bewahren. Das Ausbildungsmagazin Ready for Takeoff ist eine regionale Print- und Online-Publikation mit Tipps und Tricks rund um die Bewerbung. Darin stellen sich Auszubildende und lokale Unternehmen vor, die gerne bei deiner Entscheidungsfindung mithelfen. Finde einen passenden Beruf mit Zukunft, der dir Freude macht. Das Magazin findest du an vielen Verteilstellen wie zum Beispiel Schulen und Online mit vielen zusätzlichen praktischen Funktionen unter www.total-lokal.de